Dein Leben ist hart und du weißt nicht was tun. Es gibt nichts einfacher. Guck dir Lifehacks. Mutter hat Pralinen gekauft, aber erlaubt nicht die Aufmachung. Wir brauchen es nicht. Tu deinen Finger rein und biege dein Teil nach unten. Kippe den Schachtel auf der Seite, tu ein wenig schütteln und bekomme dein Leckerli. Dann schüttle die Schachtel umgekippt, sodass das Teil wieder wie vorher steht. Und fertig. Niemand wird mitbekommen. Was für ein perfekter Betrüger bist du. Beim Rausgehen vergisst du ständig, ob die Tür geschlossen hast und immer wieder überprüfen tust. Beim nächsten Mal nach dem Zumachen, mach was Ungewöhnliches. Zum Beispiel Tanzen. Das wirst du nicht vergessen. Wenn du so ein Kabel hast, kannst du eine Computermaus anschließen und dann ein Smartphone oder Tablet. So ist es möglich, viel produktiver im Internet zu erledigen oder andere Aufgaben zu erledigen. In die Seifenschalen ohne Löcher sammelt sich eine Menge Seifenwasser, die ein guter Näheboden für Bakterien ist. Das Problem kann man lösen. Bohre mehrere Löcher im Boden. Und mit Hilfe von Heißkleber macht die Füße für Stabilität. Jetzt fließt das Wasser in die Waschbecken und Seife ist trocken. Wenn du gleichzeitig mit der Taschenlampe leuchten musst und brauchst freie Hände, nimm egal welche Kappe und ein Büroklammer und befestige auf der Kappe. Dann mit seiner Hilfe befestige die Taschenlampe und fertig. Der Strahl wird leuchten, genau da wo du hinschaust. Wenn du voller Topf transportieren musst und darf nicht ausschütteln, nimm zwei Gummibänder und tu die bei dem Deckelgriff und bei dem Topf auf beiden Seiten. Nun sitzt der Deckel fest und wird nicht wegen dem Transportieren wegfliegen. Wenn du aus Versehen eine Delle in der Holzoberfläche gemacht hast und willst keinen Ärger haben, nimm den Bügelleisen, tu das Wasser sprühen und warte ein paar Minuten. Dann tu das Pergamentpapier drauf und mach die Stelle mit dem ausgemachten Bügelleisen warm. Wenn die Feuchtigkeit verdunstet, die Delle wird nicht so sichtbar wie vorher. Beim Besuchen einer Lady, plötzlich musst du aufs Klo, reiße ein Stück Toilettenpapier ab und tu es rein. Nun ist der Klang von deinen Landungsobjekten, wird leiser und sie wird denken, dass du nur die Hände gewaschen hast. Wenn du willst ein Holzbrett mit dem Stoff überziehen, dir hilft ein normaler Stepper. Mach ihn so auf, wie im Video gezeigt. Und dann drück fest drauf. So gehen die Klammer schnell und tief ins Holz rein. Es erlaubt dir die Aufgaben stresslos zu erledigen. Magst du gekochte Kartoffeln, aber magst du es nicht schälen? Fülle eine Schüssel mit dem kalten Wasser auf und die Eiswürfel, wenn du hast, die Kartoffel rein, warte ein paar Sekunden und jetzt wird die Haut so leicht sich abmachen lassen, dass man es per Hand machen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann tu was du willst. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020